Hallo, ich bin Christina und ich habe in der Kiteschule Sardinia angefangen zu kiten. Ich hatte 10 Stunden und fühle mich schon super safe am Wasser. Ich hatte tolle Stunden mit Matthias und habe die Zeit wahnsinnig genossen im riesengroßen Swimmingpool. Das stimmt. Hallo, ich bin Markus. Ich bin schon etwas fortgeschritten, aber der Spot hier unten ist wirklich super. Ein bisschen Welle dabei, super Wind, beständiger Wind und super Wetter, super Team, alles super. Hang loose. Wir hatten eine gute Zeit.